Frag eine Porno-Darstellerin, Shaden Rogue, über Orgasmen und Frauen in der Porno-Industrie. Oh mein Gott, mein Lieblings-Porno-Style. Mein Name ist Shaden Rogue. Vor zwei Jahren habe ich mein eigenes Business gegründet und bin in die Porno-Branche eingestiegen. Seitdem bin ich auch international bekannt mit meinen Videos, die ich alle in eigen Regie um... Ja, Buck, ich habe schon mal mit Shaden auf Instagram geschrieben, du hast recht. Hallo, Shaden. Hallo. Ich finde Shaden so nice, wirklich, ich bin ganz ehrlich. Er hat sich gefragt, wie kamst du dazu, Pornos zu drehen? Ich war schon immer sehr, sehr offen, allgemein mit meiner Sexualität. Ich wusste früh, was ich wollte, habe mich gerne ausgelebt. Und irgendwann kam es dazu, nachdem ich meine Ausbildung beendet habe. Dass ich meinen derzeitigen Freund kennengelernt habe. Und da wir schon gleiche Interessen hatten, hat sich das relativ schnell so entwickelt, dass wir auf ein Länder gekommen sind. Und uns am Ende dazu entschlossen haben, erst dann mit Webcam anzufangen, dann mit Videos. Und so hat das gestartet. Jetzt habe ich ganz viel Spaß dabei und mache das aus Leidenschaft. Great Few interessiert. Wie viel Geld verdienst du im Monat damit? Digga, ich sage euch, das ist anders, donks, dieser Business. Ist verständlich, glaube ich, dass ich nicht sagen möchte, wie viel ich verdiene. Zumal es auch von Darsteller zu Darstellerin anders ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt Betrag X nennen würde, dann würden sich viele daran messen. Aber es ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, du machst das und das und verdienst so und so viel. Das ist immer individuell. Ich kann sagen, ich versuche mich jeden Monat zu steigern. Einfach weil es mir auch Spaß macht und weil ich einen gewissen Ansporn an mir selbst habe. Aber wenn ich grundsätzlich, theoretisch gesehen, nur 2000 Euro im Monat machen würde, dann könnte ich auch davon leben, wenn ich es richtig einteile. Oder deswegen, das muss jeder für sich selbst wissen. Also ich weiß, ich kann es nicht. Wie viel genug ist. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann das, es ist schwer beurteilt, aber ich kann mir vorstellen, es ist ein hoher fünfstelliger Bereich. Timo Schreiber hat sich gefragt, sind deine Orgasmen in den Pornos echt? Ich habe nicht so oft Orgasmen, aber wenn ich einen habe, dann ist er echt. Ich halte nicht so viel davon, das irgendwie zu faken. Zumal ich habe das auch noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das authentisch rüberkommen würde. Ben Kehl möchte wissen, was war dein größter Fail bei einem Videodreh? Ich glaube, als Fail könnte man vielleicht bezeichnen, dass wir gar nicht so viel Videomaterial hatten, aber mein Drehpartner ja sehr erregt war und dann schon viel, viel zu früh gekommen ist. Danach aber auch nicht nochmal konnte und dann war das Ding gelaufen. Aber das ist halt manchmal so, wir haben das Material genommen, was wir hatten. War das mit dir? Fuck, stopp doch einfach mit solchen Comments. Und es haben sich die Leute trotzdem daran erfreuen können. Lea S. interessiert. Schaust du deine eigenen Pornos selbst? Ich schaue sie selbst, wenn ich sie schneide. Ich schaue sie, um zu schauen, was könnte ich besser machen, was für ein Gefühl hatte ich zu welchem Zeitpunkt und kam das genauso rüber, wie ich es rüberbringen wollte, um einfach zu schauen, was kann ich besser machen, war das authentisch, sah es vielleicht sogar schlimmer aus oder schmerzhafter aus, als es war, obwohl ich nicht wirklich Schmerzen habe. Aber um mich praktisch selbst zu befriedigen, schaue ich nicht meine Videos, nein. Schaust du generell andere Pornos? Ja. The Butt Dude hat sich gefragt, was sagen deine Eltern zu deinem Beruf? Die waren immer schon sehr offen, deshalb war es auch nicht so ein Riesending, das zu erklären. Aber es brauchte dann trotzdem so ein bisschen... Hä, was ist mit meinem Blickchat? Ja, ich bin total konzentriert, das ist ein interessantes Thema. ...verstehen, dass ich das wirklich aus... Ja, aus... ...undleidenschaft mache, dass mir das wirklich Spaß macht. Und dass das keine Phase ist, sondern irgendwie... Zeig deinen zweiten Monitor? Hä, was soll beim zweiten Monitor sein? Hä? ...aus und dann, weiß nicht, macht sie wieder irgendwas anderes. Aber seitdem die gemerkt haben, dass ich das wirklich auch aus freien Stücken mache, weil die Branche schon so ein bisschen... ...und ist immer noch... ...sind ich dann immer noch deutlich offener und lockerer geworden und fragen dann nochmal, meine Mom guckt meine Interviews, nicht meine Videos und freut sich dann immer ganz klar und sagt, sie ist super stolz, dass ich einfach selbsterfüllt lebe. Und wie gehen deine Freunde damit um? Weil bei denen war das noch viel entspannter. Aber ich glaube, die meisten, die waren nicht mal überrascht, weil ich habe das Gefühl, das hat man halt irgendwann einfach kommen sehen. Aber ja, es war super entspannt. Die haben sich alle gefreut, haben gesagt, so mach dein Ding, ich unterstütze dich, ich stehe hinter dir. Und am Ende sind einfach alle glücklich, dass ich glücklich bin. Und ich glaube, so sollte es auch sein. Getut interessiert? Hast du verschiedene Drehpartner oder einen Festen? Grundsätzlich habe ich erstmal einen Festen. Das ist mein Verlobter. Verlobt sogar, krass. Mann, ja, steh auf, alter, wer bin ich denn? Bin ich irgendwie ein kleiner Junge, der ist random in Bonar gekommen, Chat? Anderen zu drehen, wie sich aber herausgestellt hat, ist oftmals etwas schwierig, weil Leute, die verstehen nicht, dass das ist halt trotzdem fett, mir macht das Spaß, aber es ist trotzdem Arbeit. Und deswegen kann ich mich nicht im Vorfeld anderthalb, zwei Stunden mit dem hinsetzen, erstmal kennenlernen und dann getreu dem Motto, ja, ich probiere das mal aus, mal gucken, wie es wird. Und da was drehen und ich brauche selbstverständlich auch einen unterschriebenen Vertrag und einen ID-Shot. Und wenn es dann so ein bisschen daran geht, dass die Anonymität des Darstellers, also dem Mann, den ich gewählt habe, nicht mehr so ganz da ist, springen auch viele ab oder sagen zu, kommen dann gar nicht. Deswegen ist es schwierig, jemanden zu finden, der einfach zuverlässig ist und der das auch so umsetzt, wie man selbst das haben möchte. Trekkie hat sich gefragt, unterscheidet sich dein privates Sexleben von deinem beruflichen? Das hat damit zu tun, dass ich bin vor einer Kamera. Ich versuche natürlich schon darauf zu achten, wie sehe ich aus, wie hört es sich an, was ich mache. Und privat ist es noch ein bisschen anders, da guckst du im besten Fall deinen Partner an oder, weiß nicht, bist in irgendwelchen Positionen, wo du den Partner nicht im Blick hast. Und dann musst du da nicht so sehr darauf achten. Und ich würde sagen, bei mir im Privatleben geht es noch ein bisschen härter zu. Das hat einfach was damit zu tun, dass verschiedene Sachen auf manchen Plattformen einfach nicht erlaubt sind oder ab einem gewissen Härtegrad nicht mehr erlaubt sind. Das ist dann natürlich zu Hause in den eigenen vier Wänden ein bisschen entspannter, weil da geht es darum, dass der Partner weiß, was mir gefällt, dass ich weiß, was meinem Partner gefällt. Und nicht, was gegebenenfalls irgendwelche User denken, wie es mir dabei geht, obwohl sie gar keine Ahnung haben. Okay, was heißt das? Tickel hat sich gefragt, lebst du privat Mono oder Polygam? Ich bin nicht in einer geschlossenen Beziehung, ich bin in einer offenen Beziehung, aber ich würde nicht sagen Polygam, weil es ist rein körperlich offen, wir können beide machen. Warte, also sie ist in einer offenen Beziehung mit ihrem Verlobten. Das finde ich interessant. Also das habe ich so noch nie gehört, weil, also dass man in einer offenen Beziehung ist, ist ja jetzt erstmal okay. Aber wenn man sich dann für einen Menschen entscheidet, dann ist es doch der Verlobte, das ist doch jemand, den man heiraten wird. Und man kann doch aber keine offene heiraten, also, also ja klar kann man alles, aber... Hä? Was wir möchten, solange es ehrlich ist und... Da würde mich natürlich mal auch interessieren, was da im Urlaub denn mit Nico und Amar und Ronny und so alles so abging. Rein emotional ist aber schon monogam, weil wir uns halt, ja, einfach lieben und es... Bestimmte Sachen möchte ich einfach mit meinem Partner teilen und nicht mit irgendjemand anders, deswegen körperlich offen, rein emotional geschlossen. Jani Santana möchte wissen, musstest du einen Dreh schon mal abbrechen? Tatsächlich schon, aber nicht, weil irgendwas nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern ich war einfach an dem Tag, ja, einfach nicht so gut drauf und hatte dann keine Lust, da irgendwie was hinzuklatschen, was am Ende nicht authentisch ist und wo ich mir selbst angesehen hätte, dass ich ja nicht so gut drauf bin. Aber es macht nichts, dann lässt man es halt den Tag und versucht es an einem neuen Tag. Moritz hat sich gefragt, suchst du dir komplett selbst aus, was du drehst? Ja, ich habe kein Management, was mir auch ganz wichtig ist. Ich habe keine Lust, dass mir irgendwer vorschreibt, wie oft ich was drehen muss und... Okay, das ist, glaube ich, wichtig in dem Job. Ich mache alles selbst, ich schreibe meine Nachrichten selbst, ich schneide die Videos, ich mache einfach alles alleine und bin sehr froh, dass ich mir das auch selbst aussuchen kann, was ich wann wie mache, weil ansonsten hätte das, glaube ich, schon einen großen Aspekt von, ich muss jetzt arbeiten und nicht, ich mache etwas, was mir Spaß macht. Zink möchte wissen, wie wichtig ist sexuelle Selbstbestimmung in der Branche? Ich für meinen Teil, ich finde es sehr wichtig, weil ich möchte natürlich auch nur das tun, womit ich mich wohlfühle und... Was hast du denn unter dem Tisch denn? Wenn ich zwei Schwänze in meinem Arsch haben möchte, dann gehe ich natürlich auch nicht irgendwo hin, wo ich genau das machen muss. Aber ich muss gestehen, wenn man bei einer Produktion ist, wenn man für eine Produktion angefragt wird, dann gibt es natürlich Verträge, die man unterschreibt. Und wenn in dem Vertrag das und das drinsteht, dann wird natürlich in dem Moment die Dienstleistung gekauft und dann musst du als Darstellerin oder auch als Darsteller musst du einfach abliefern. Und kannst dann nicht sagen, ja jetzt will ich irgendwie doch nicht, das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Und ich glaube, wenn man seine eigenen Prinzipien hat, dann kann man durchaus selbstbestimmt leben. Love Lynn hat sich gefragt, wie beurteilst du die Rolle der Frau in der Pornoindustrie? Ja, ohne Frauen läuft es einfach nicht. Das kann man einfach so sagen, wie es ist. Das ist sehr durch Frauen bestimmt. Und es gibt auch viele Frauen, die in der Regie sitzen. Das würde man wahrscheinlich gar nicht so glauben, aber ich für meinen Teil, ich kann sagen, ich mache alles in Eigenregie. Ihr seid so, ihr seid das whole, ne? Ich denke euch wirklich, ich kann mir das Video nicht angucken, ohne dabei mir einen wählen zu müssen. Seid ihr eigentlich, Alter, sorry, ich bin nicht so wie ihr, Chad, die jetzt gerade ihren Pimmel in der Hand haben und recherchieren? Und das, weil ich das möchte, ich drehe das, was ich möchte. Und wenn ich zu irgendwelchen Produktionen gehe, dann würde ich mir selbstverständlich im Vorfeld Videos anschauen und schauen, ob... Ihr steh auf, was soll denn da sein, Mann? Was soll da sein? Was erwartet ihr, was da ist? Also, mach nicht mal wirklich, ihr hört hier richtig auf. Alter. Ob mir das gefällt, was sie machen, und wenn es mir gefällt, dann gehe ich da nicht hin. Alter, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich kein Management habe, weil ich das alles gerne selbst machen möchte. Larry LaLocca hat sich gefragt, was sagst du zu den kritischen Stimmen aus dieser Branche? Ich finde es wichtig, dass man nicht einfach alles so hinnimmt und sagt, ja, das ist jetzt so, sondern dass man schon Kritik ausübt, aber ich finde, man sollte schon ziemlich hinterfragen, bevor man einfach irgendein Statement setzt. In letzter Zeit sind schon doch einige ausgestiegen, auch im letzten Jahr, und haben dann gesagt, es war alles ganz fürchterlich, das hat mich ganz so kaputt gemacht. Es ist natürlich so, wenn man sich mit der Person selbst beschäftigt und die Person schon im Vorfeld relativ offen war, mit dem, wer sie ist, dann kann man ganz schnell herausfinden, dass einige schon im Vorfeld psychisch erkrankt waren, Depressionen haben, manische Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen. Und ich finde es dann schwierig zu sagen, dass das Business ist das Böse, weil ich zum Beispiel... Okay, Chad, wir können dieses Video nicht gucken, weil Chad einfach die ganze Zeit... Weil es geht um das Thema Sex, Chad ist dabei... Also wirklich, Buck ist der Oberanführer von dem Kuma-Club. Wirklich, Buck ist der Oberanführer vom Kuma-Club. Steven ist sein erster Offizier. Direkt dahinter Kevin. Und Henry läuft auch noch mit vorne mit. So, und der Kuma-Club versucht jetzt, auf richtig funny alle mit aus dem Chat dazu zu motivieren, in Kuma-Club zu kommen. Ich bin eine gesunde junge Frau, ich bin auch mental sehr, sehr stark, ich kann einiges wegstecken und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich absolut weiß, was ich möchte und wenn ich morgen sagen würde, ich steige aus, dann hätte ich damit auch keinerlei Probleme. Ich würde alle meine Profile löschen, würde mich verabschieden und dann wäre es auch gut. Es käme dann nichts mehr, was mich irgendwie auffällt oder was mir den Ausstieg erschweren würde. Manu at in interessiert, wo sind deine eigenen Grenzen? Wenn man rein vom Film ausgeht, sind meine Grenzen da, wo die Guidelines der Seiten sind. Und bedeutet, wenn Kotzen, Urin, Fäkalien verboten sind, dann werde ich mich daran halten und mir nicht darüber beschweren. Im Privaten sind meine Grenzen einfach, wenn jemand denkt, nur weil ich jetzt Shaden Rogue bin, wenn es eine Person ist, mit der ich schlafe und die ich nicht so gut kenne, und die mich nur aus den Videos kennt, denkt, der kann jetzt mit mir machen, was er will, weil er hat es ja gesehen, wie man mit mir umgehen kann. Dann ist es einfach, ich finde es einfach schwierig, wenn man da die Grenzen überschreitet und dann muss ich auch nicht jedes Mal sagen, okay, das ist jetzt zu dolle und... Ich gucke ganz normal in das Video. Ey, ich gucke ganz normal. Es ist wie, als wenn man Daily Dose guckt. Ich gucke das ganz normal. Ihr... Ich gucke so fokussiert. Ich bin... Ich gucke dieses Video. Ansonsten bei mir zu Hause auch alles, was mit Kot, Fäkalien ist, da bin ich definitiv auch raus. Und auch alles, was grundsätzlich illegal ist, aber ansonsten bin ich schon ziemlich offen und probiere auch vieles gerne aus. Was nicht bedeutet, dass ich das im Nachhinein dann so weiterführe, aber... Inside the weird box hat sich gefragt, was würdest du an der Pornoindustrie verändern? Ich würde daran verändern, dass nicht nur immer darauf geleuchtet wird, dass es den Frauen ja so schlecht geht, weil das ist de facto einfach nicht so. Also man weiß nicht, oder die meisten wissen nicht, was die Männer erleiden, weil die einfach nicht darüber reden und weil die es nicht als schlimm empfinden. Aber wenn man dann schon sieht, zum einen die Verhältnismäßigkeit vom Geld, die Darstellerin kriegt zum Beispiel 3000 Euro, dann kriegt der Darsteller nur 300. Obwohl die beide ja super aktiv sind und während sie halt den einen Dreh am ganzen Tag hat, muss er dann vielleicht noch 3, 4, 5 mal ran mit einer anderen Person. Und ich habe oftmals das Gefühl, wenn man das so sagt, dann bekomme ich als Antwort, ja, aber der Mann, der macht das ja freiwillig so. Wenn der halt den ganzen Tag ficken will, dann ist das ja okay. Aber es ist trotzdem durchaus Arbeit und da habe ich das Gefühl, es wird einerseits nicht so richtig wertgeschätzt, weil es auch als Mann super schwer ist, da irgendwie in die Pornobranche einzusteigen, wenn man halt keinen Spulen-Content liefert, weil der Markt einfach nicht so groß ist. Und ich finde, die Frau, die wird oftmals ein bisschen zu sehr bemitleidet, obwohl das oftmals gar nicht der Fall ist. Ihr wisst es nicht, aber es gibt super, super viele, die drehen einfach nur mit ihrem Mann, Freund zu Hause. Und da ist der Pizzabote nicht der Pizzabote, sondern tatsächlich der Freund und das ist immer der Freund und das ist absolut okay. Nicht not the pizza guy? Ja, die machen das schon so, wie sie es gerne machen wollen. Und deswegen, das ist, glaube ich, das, was ich erinnern würde. Uns geht es nicht schlecht. Lydia T. möchte wissen, hast du Ziele für die Zukunft? Ich möchte bisher so weitermachen, wie ich das Ganze gestartet habe. Ich möchte weiterhin mit Freude dabei sein. Ich möchte mich weiterhin ausleben, noch verschiedene Sachen ausprobieren. Und das ist nicht direkt ein Ziel von mir, aber momentan gibt es einige Probleme mit verschiedenen Seiten, weil die verklagt werden. Und das ist auch etwas, was mir persönlich ein bisschen wehtut, weil ich werde dadurch in meiner Arbeit ziemlich eingeschränkt und kann dagegen nicht mehr was machen, muss das dann mit anderen Seiten ausgleichen. Und das ist alles okay, dass man vorsichtig ist, aber am Ende bin ich halt derjenige, die, oder auch andere Mädchen, die dadurch immens eingeschränkt werden und denen die Arbeit, die wir eigentlich gerne machen, erschwert wird. Möchtest du das für immer machen? Ich habe auf jeden Fall nicht vor, jetzt in nächster Zeit aufzuhören. Ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde. Vielleicht ergibt sich irgendwann irgendwas anderes, wo ich mir denke, okay, jetzt pausiere ich für ein paar Jahre und steige dann aber nochmal ein, wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, 45 bin und nochmal Lust drauf habe. Aber grundsätzlich ist für mich der Plan, dass ich das schon sehr lange machen will. Und so wie es aussieht, werde ich es auch tun. Okay. Latze und Ron haben sich gegönnt. Ich habe sie gerade noch auf einer anderen Seite gesehen, sehr talentiert. ARD Text im Auftrag des sprach